helle höh was geht so ich weiß noch nicht genau was wir heute machen aber so geplant ist auf jeden fall ein bisschen was anderes und zwar vielleicht zu richtung end portal oder so ich habe gestern noch ein disk manipulator gemacht damit ich ähm sachen übermitteln konnte so so also ich will mal ins äh nether gibt es ein cake dafür ok ja das kenne ich kill sender dragon damit wir dragon brass bekommen wir machen uns waystones das ist glaube ich ein bisschen einfacher hi lala ich habe dein foto gesehen das ist also demnächst dann stufe 10 da muss man berichten ob das dann die endstufe von dem ganzen ist oder ob es wirklich unendlich ist nice hey 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 okay da war ich noch gar nicht dran ich wollte ähm ich warte jetzt wie wieder auf wie bei menner lords auf große updates ähm ich hatte das problem mit ähm planet crafter zum beispiel dass ich das einfach viel zu viel am anfang gespielt habe und viel zu weit gekommen bin also viel zu viel gemacht habe und auch richtig ausgebaut habe und dann irgendwann hat man da kein interesse mehr und deswegen warte ich jetzt bis vernünftige updates rauskommen mit großen sachen nicht nur als worte jetzt angepasst dass du die tastatursteuerung anpassen kannst dafür spiele ich das nicht weiter weil ich echt weil ich echt dann können wir noch den marine fischer machen dann können wir noch den marine fischer machen so 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 okay so 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 Das war's. Das war's. Okay. Schade. Das wär echt ein sehr interessanter Bericht geworden. Flux. Ah, not today. Not today. Ooh. Ah, not today. Oh, shit. ich sollte glaube ich unterbringen ich muss leider sagen ich bin mir da noch nicht ganz so sicher weil ich hart müde bin aktuell nicht ganz so schlimm aber schon den ganzen Tag über so deswegen da muss ich einfach mal gucken aber sonst eigentlich Open End ich denke mal Minimum bis lass mich lügen 22 Uhr Minimum ich denke mal dann auf jeden Fall noch länger uh nice das freut mich dass das mit dem Mod jetzt ohne Probleme klappt so was wollte ich denn mit Flux Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, also das sollte ja eigentlich nach und nach danach laufen. Und sonst ist das ja die perfekte Geschichte. Wie heißt das gleich noch? Äh, die Fabrik zu vergrößern oder sowas. Das war's für heute. So, den hier auch rauf. Äh, dann, dann. So. Dann ist noch. Das hier? Nee. So, ein Point Point to Edge. Und Plug 4. So, das war's für heute. Okay. Okay. Damit. Ja. Und wird unser Pack jetzt voller... Äh, klar. Hallo. Äh, äh. Suppen. 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 Suppen oder Suppen? Suppen. So, was wollte ich, Schatz, do? Äh. 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 Und bei uns den hier? Ach, das war... Okay. Okay. Dafür muss ich nicht aufbauen. Okay. Hi. Was geht bei dir? Ja. Okay. 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 Und dann geht's. Okay. 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 So, dass wir jetzt, jetzt mal kommen, das so? Okay. So. Moment. Hier ist ein Link. Das ist eine Excel-Mappe. Und da sind Add-ons für Pure BD drin. Und die kannst du dann nach und nach hinzufügen. Also ich habe auch nicht so viele da jetzt hinzugefügt. Aber wenn du hier jetzt mal guckst. Ich habe Refined Storage, Mystical Agriculture, All the Modum, All the Ores. Ein wenig von, wie heißt das, Mechanism. Den Pure BD. Der kann raus. Ja, genau. Und die stacken sich dann langsam. Das heißt, man sollte ganz oben den, wie heißt er gleich noch, Pure BD haben. Und darunter dann die Add-ons. Und die stacken sich dann runter. Es gibt ein paar, die haben Bugs. Aber da muss man einfach mal durchgucken. Da gibt es dann meistens irgendwie noch ein Patch dafür, was dann auch funktioniert. So. Das ist mein Name. So. Das ist dein Name. So. Das ist das. Es fällt ein wenig komisch. Ach, schlafen. Ich hätte auch das. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. 1, 3, 4, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 7, 11. Oh. 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 Oh Gott. Und den besagten Flux. Okay. Das hatte ich schon noch nicht. Ich hab, äh... Ich war eben im End. Und hab den Fluxgenerator angesetzt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehm Speed wieder weg, oder? Ja. 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 Das war's für heute. So. Ey, wenn du eben kurz wartest, kann ich das dir erklären. Sorry, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich war im End und das Portal im End besteht aus Bedrock. Und dann habe ich mir eben hier das Flachs auf ganz normalem Wege geholt. So. 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 Das sieht so geil aus. Okay und die Idee ist jetzt hier in der Mitte einen vollen See zu bauen. Und das Ganze dann mit einem See aufzufüllen und da den Marienangler oder sowas reinzusetzen. Ich auch. Aber ich finde, dass du das beschwören kannst richtig geil. Was ist das? Okay. So. Okay. 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 Also Dampferonkel. Bei mir geht aktuell nicht viel, außer die Insel zu spawnen und jetzt nach und nach ein paar neue Sachen zu machen und natürlich irgendwann im End den Drachen zu legen. Aber vorher will ich noch den Wizard bauen für Nether Stars. Und Sokka, das ist Pure BD. Und hier ist eine Liste mit Addons, die in All the Mods 9 drin waren, aber da findest du eigentlich so gut wie alles für All the Mods 9 to the Sky, weil es viele Mods teilt. Pickling Heart, Mob Drops picklich. Wie krieg ich denn den? Okay. Oh. Okay. Das war's für heute. 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 Also diese Addon-Seite ist down. Und Dampfer, Fear Wizard to go. Ja, das ist ordentlich. Also wie gesagt, ich will auch gleich auf ein paar Ursa gehen. Und ich will hier noch den Fischer bauen, damit ich Dingsensbücher bekomme. Das war's für heute. 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 Oder 30 Stahl pro Minute. Das war's für heute. Oh. Äh, äh, lol. So, so, 30 Maschinen hört sich nice an. So, 30 Maschinen hört sich nice an und... ... ... und... Oh, 450 pro Minute. Das ist ein bisschen was. Funktioniert das? Oh mein Gott, das ist ja verboten. Äh. In meiner Gegenwart werden Kinder gezeugt. Hehe, geil. Ah, das ist die Ability-Bottle. Nice. Hm, hm, hm. Hm. Ja, das ist die Ability-Bottle. Ja, das ist die Ability-Bottle. Und wie sieht das hier aus? Oh. Ich hab ja das mit dem Stair an. 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 Okay. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, ich glaub das ist der zweite Parameter, den du da auswählen kannst. Dass du non-stackable Items stehen kannst. Da gab es einen Punkt. Ich hab ja das mit dem Stair an. Ich hab ja das mit dem Stair an. Ich hab ja das mit dem Stair an. Oh. Ich hab ja das mit dem Stair an. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, mach das auf jeden Fall. Ich drück da die Daumen. Aber sollte eigentlich klappen. Okay, mach das auf jeden Fall. Okay, mach das. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Oh ja. Okay. 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 Kann ich die... So, ich bin... ...gespannt wie viel... ...wie schnell wir den Laseroster erhöhen können. So, ich bin eingelogünglich. So, ich bin eigentlich... ...winden Sie, Sie sehen wollen. Wie wird der Leer Röger in diesem Absatz da gemacht? Also, wir haben eine Röger im Sauss... ...wie schnellstücke. ... und wir müssen das zu diesem Model ankommen. ...dverden Sie die Ausnahme davon ausmachen, Und dann wird das Schauspieler für den支childern gebrauchen. hab ich leider noch nicht wer aber wow ist die easy okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, okay, also ordentlich was weggebuttert. 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 Ja, also, das ist bedeutend einfacher. Also, das ist der Server und da kannst du dir hier easy Sachen zugreifen oder hier Server hinzufügen oder herunterfahren, die du gerade brauchst. Ähm, ja. Oh Gott, okay, also ordentlich was weggebuttert. Oh Gott, okay, also ordentlich was weggebuttert. Oh Gott, okay, also ordentlich was weggebuttert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zitzen. Nice. Ah, David. Okay, ja, habe ich damals auch so gemacht. Und mache ich dann wieder was und dann schaue ich wieder in den Zero oder Zero und mache ich wieder was. Ja, kenne ich. Ähm, aber... Wie soll man das schön sagen? Wenn ich irgendwas anderes zocke, brauche ich die komplette Leistung des PCs, weil ich eher so... Äh, auf die Grafik achte. Was sage ich jetzt mal? Deswegen auch alles hier mit Resource-Packs und, äh, Shadern und, und, und. Weil ich finde, das sieht so gut aus. Mit Shadern. Und, 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 und... Okay, was ich mir eigentlich noch angucken wollte war Soulmask, aber ich bin gerade völlig in Echo und Minecraft drinne und da will ich uns gern noch das dritte Spiel noch anfangen und ich habe von so vielen Leuten gehört, dass das richtig gut ist und das ist echt kacke. Aber es läuft ja zum Glück nicht weg. Ja, bis später und fahr vorsichtig. Ja. 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 Oh hast du schon Ideen was für ein PC du dir holst? Also mit was für Komponenten? Hm, leider nicht. Probier mal. Ne, ne, kannst jetzt posten. So und jetzt habe ich es wieder deaktiviert. Ja. Das einzige was ich bei dem PC prüfen würde, sonst die Specs sehen echt gut aus, ist das Netzteil. Das sieht ein bisschen schwachbrüstig aus, vor allem wenn du am Ende der Linie noch irgendwie noch Upgrades durchführen willst. Und was ich checken würde wäre noch, wie heißt das gleich noch? Ich bin mir nicht sicher, welche Reihe der Intel Core ist, aber du kannst zumindest noch auf i7 und i9 upgraden, aber ich glaube das ist von dem Sockel die letzte Generation. Ich bin mir da aber nicht sicher. Das würde ich noch mal prüfen, ob das wirklich die letzte Generation ist. Aber sonst sieht ja eigentlich ganz gut aus. Und willst du den dann selber zusammenbauen oder kaufst du dir ein Fertigsystem? Ups. Ja, finde ich vernünftig. Auf Raten sollte man auch nicht sein. Das ist ein Fertigsystem. Ja, finde ich vernünftig. Auf Raten sollte man auch nicht sein. Das ist ein Fertigsystem. Nichts kaufen, außer du kannst sagen, okay, über drei Monate hinweg oder so, das finde ich noch einigermaßen in Ordnung. Aber auf 24 Monate oder so, das ist echt gefährlich. Ja. 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 - Ja. Ja,ить Karri. Okay. Oh Gott Also Was ich gerne mache ist Einfach nur weil ich mich da sicherer fühle Ich habe 1000 Euro Und mache dann Und ich will was kaufen für 900 Euro Dann buche ich das auf 3 Monate Damit ich noch ein bisschen Backup Geld habe Falls irgendwas passieren sollte Weil Das kann ich noch irgendwie Hinkriegen Aber sollte hier keine Ahnung meine Waschmaschine kaputt gehen Da brauche ich ja die Kohle sofort Dann bin ich halt so einigermaßen blank Und dann habe ich noch ein bisschen Notfallpuffer Aber Wie oft passiert das Ich habe das jetzt mit dem Motorradkauf gemacht Damit ich einfach noch Backup Puffer habe und Trotzdem ein Motorrad kaufen kann Das finde ich auch so gefährlich Das hatte ich schon zweimal Einmal ist wirklich die Waschmaschine kaputt gegangen Und das andere Mal Ähm Ist der Anlasser vom Auto kaputt gegangen Und dann Ähm Musste ich leider Auf Knien Auf Knien zu meinen Eltern gehen Und nachfragen Ob die mir Eine kleine Finanzspritze von Ähm So und sowas geben können Damit ich das einfach eben Bezahlen kann Und dann Keine Ahnung Ein Monat später oder zwei Konnte ich das wieder zurückgeben Aber das ist echt Äh Unangenehm Oh Händler Hier ist Kaka Ähm 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 Ja, genau. Und deswegen hatte ich mir da jetzt auch nicht so den Kopf gemacht. Sag ich jetzt mal, aber also ja ich will nicht, mir ist sowas echt unangenehm. Okay. 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 Vielen Dank. Uh, okay. Das ist ein bisschen was. Aber ich habe auch aktuell eine 3080 drin und eine... 7... 3803 XD... Ne, 5803 XD. So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist mein alter PC Also das ist mein, fast genau meine Einstellung vom alten PC Cool Joa, ich hab mein Selbst gebaut Ich war grad am überlegen, wann ich das letzte Mal ein PC fertig gekauft hab Ich glaub das war 2004 Hier Hm, geil, hatte ich vorhin auch. Guten Hunger dir. 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 Guten Hunger. Guten Hunger dir. 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 Guten Hunger. ... Okay. 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 Hmm. 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 Hätte ich vorher mal gucken sollen. Puh, ey. 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 Ich brauche mal die Dim Shards. Puh, ey. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 So, was wollten wir denn jetzt gucken? Ah, ist die Dimm frei? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dann gucken wir mal, ob das jetzt alles weitergeht. Au. So, dann gucken wir mal. 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 Iss mal. So, dann machen wir mal. ito. Oh Sauber hat es denn gemundet Sauber Ich Ich habe jetzt gerade die Nitro-Christos-Heats erstellt So Cool ey So Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei More cards So 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 eigentlich... 6000 haben. Sink? 湯 shared Hehe. Hehehe. Cool. 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 K. Whoa. Oh. 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 Okay, dann können wir nochmal eben Essenzen herstellen. Ah, Air Seeds habe ich. Ah, Air Seeds habe ich. So. 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 Untertitelung. BR 2018 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 So... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 So. Damit... ... 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 Okay. 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 Damit habe ich jetzt alle auf Nitro. Nice. Ich gehe auch, also, ich gehe davon aus, dass die da ordentlich patchen werden. Achso, ich habe hier das. Äh, von hier. Äh, Mobgrinder. Hab ich genommen. Das ist nämlich auch Wizard-Proved. Ja, ich glaube auch. Und es wurden ja noch nicht mal so gravierende Sachen behoben, fand ich jetzt. Oh, uh. Da. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, endlich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Hmm. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, okay. Vielen Dank. 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 da gibt es mehr nether stars ja schadet ja nicht aber gut dass du erwähnst dass ich auf dem server spiel hmm ja 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 das hält sich sogar in grenzen oh Oh. Oh. Endlich. 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 Okay. 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 Hehehe. Okay. Ja, ich glaube schon. Ja doch, war... Oder war das Gift? Ich weiß es gerade nicht. Aber könnte man ja im... Äh... Nässe einmal ausprobieren. Oh, ein Schaf ist migriert. Oh, ein Schaf. 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 Sollte Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auf jeden. Was habe ich hier? Scharpen ist 5, aber ja. Das sollte ordentlich raufzimmern da. Ja, das ist ja. Vielen Dank. 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 S-Tone. 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 S-Tone.